einen wunderschönen guten tag zu diesem kleinen update und ich dachte auch nicht dass jetzt irgendwas noch kommt aber es gibt durchaus ein paar news die die letzten tage wo man ein bisschen ruhiger gemacht hat zusammengekommen ist und ja da wollte ich jetzt noch mal darüber informieren auch wenn es heute natürlich relativ kurz wird ich hoffe jedenfalls erstmal dass ihr heute abend einen wunderschönen rutsch haben werdet ins neue jahr und wir sehen uns dann am dienstag zur nächsten news wieder aber trotzdem legen wir erstmal los mit den neuesten sachen und zwar banjo kazooie und das soll laut nate the hate aus dem reset era forum jetzt weiterentwickelt werden phil spencer hat ja letztes mal schon so ein paar andeutungen gemacht und auch letztes jahr gab es gerüchte darüber dass ein neues banjo kazooie in entwicklung ist wo und wie und wann es rauskommen wird wissen wir allerdings momentan noch nicht also werden wir auf jeden fall mal gespannt bleiben was uns da erwarten wird ria selbst wird es wahrscheinlich in dem fall halt nicht sein kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen die haben ja gerade genug andere sachen zu tun und sagen was mal so wie es ist die alten entwickler die sind sowieso schon lange nicht mehr bei ria also gucken wir mal was dabei rumkommen wird weiter geht es allerdings mit nintendo und auch hier gibt es zwei wunderbare neuigkeiten denn luigi's menschen 2 hd und auch paper mario 2 im remaster haben nun eine altersfreigabe bekommen beide sind natürlich für das jüngere publikum freigegeben wir dürfen also gespannt bleiben wann nun endlich auch paper mario 2 kommen könnte ob es noch vor luigi erscheinen wird oder eher später das werden wir natürlich sehen und vor allem ob es vielleicht gleich eine aufpolierte version für die nächste nintendo konsole geben wird auch das werden wir natürlich dann in zukunft wohl erfahren aber es sollte wohl jetzt nicht mehr allzu lange dauern bis die beiden spiele rauskommen und zu guter letzt haben wir noch eine kleine update news über shigeru miyamoto und ich habe erst mal so einen schreck bekommen aber tatsächlich sagt er jetzt von sich aus selbst er will nicht bei nintendo aufhören er sieht sich heutzutage nicht mehr wirklich als spiele designer sondern eher so im management zuständig und will weiterhin rausfinden wie man leute begeistern kann mit ungewöhnlichen sachen die wir ja sonst immer von nintendo kennen na mal sehen wie das wird mit der nächsten nintendo konsole mich freut es dass die legende weiterhin dabei ist aber mich freut es auch dass jetzt junge neue köpfe an die marken ran dürfen und da haben wir ja schon gesehen was daraus entstehen kann mit den letzten releases ok leute das war es mit dem kleinen update kurz und knackig aber ja wir werden wohl einiges erwarten dürfen in zukunft auch von nintendo sowie den anderen herstellern und ich glaube auch wenn xbox seine strategie umstellt dann werden wir wahrscheinlich in zukunft noch einiges mehr sehen so ich gehe jetzt zum raclette und bereitet die zutaten vor und ich wünsche euch einen ganz guten rutsch macht nicht so dolle ich hoffe wir sehen uns nächstes jahr alle wieder bis zum nächsten mal und ciao